Moin Lotte! Im Jahre 2018 erschien mein erstes Buch, Die Schmahamas-Verschwörung. Ein Jahr später, 2019, erschien der erste Comic, Der Golem-König. Und bereits wieder ein Jahr später, da befinden wir uns im Jahre 2020, kam Schlamassel im Weltall. Und oh, ich muss mal... Upsi. Das Buch wieder wegpacken. Ich hab die hier so drapiert, damit ihr hier in der Ecke meinen Müll nicht seht. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Ach ja, ich wollte Danke sagen. Danke an jeden Einzelnen von euch, der sich eines von diesen drei Exemplaren gegönnt hat. Oder vielleicht auch alle drei. Es freut mich wirklich, dass diese Freedom-Reihe euch so gut gefällt. Was sich aber viele von euch schon seit mehreren Jahren auch wünschen, ist ein Hörbuch. Und ich dachte mir jetzt einfach, weil es gibt noch kein Hörbuch, dass ich euch heute mal ein bisschen was vorlese. Und vielleicht einfach mal das erste Kapitel vom ersten Buch, Die Schmahamas-Verschwörung. Falls ihr euch jetzt fragt, warum gibt's überhaupt kein Hörbuch? Das hat mehrere Gründe. Einerseits wollte ich nicht, dass irgendjemand anders das Buch vorliest, weil, weiß nicht, das wär irgendwie komisch, wenn jetzt irgendjemand anderes so ein Hörbuch davon macht. Das gibt's ja ganz oft, dass dann eben, ja, richtig so professionelle Hörbuchsprecher das Ganze dann vorlesen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist mein Baby, das ist Freedom. Und dann liegt natürlich jetzt die Frage nachher, warum hast du das nicht gemacht? Ich hab nicht so Lust, in so eine Kabine zu gehen, weil man muss dann ja in so eine Art Musikstudio. Und das dann irgendwie so richtig perfekt alles vorlesen. Und irgendwie hätte das auch nicht mehr so den Charme. Und ich möchte auch kurz sagen, lieber Verlag, die mit mir dieses Buch hier rausbringen, bitte verklag mich nicht. Hier ist nämlich gerade, hier ist gerade nix abgesprochen. Weil logischerweise, wenn man ein Buch rausbringt, dann hat man eben immer einen Verlag. Das könnt ihr euch sozusagen so vorstellen wie im Fernsehen, dass ihr einen Fernsehsender habt. Sagen wir mal, Joko und Klaas bringen dann ihre Sendung auf ProSieben oder so eine Produktionsfirma, könnte man schon fast sagen. Auf jeden Fall werde ich jetzt einfach mal das erste Kapitel vorlesen. Ich möchte auch kurz dazu sagen, ich bin jetzt nicht so der beste Vorleser. Ich werde mir aber versuchen, Mühe zu geben. Ich wollte das eigentlich schon viel, viel früher machen. Aber nun gut, ich hoffe, es gefällt euch. Falls nicht, sorry. Wie gesagt, bin ich so der beste Vorleser. Ich werde euch dann auch immer hier diese ganzen Bilder uns so zeigen. Das ist jetzt die absolut erste Seite. Da seht ihr Paluten, Kapitän Schmierhose, Edgar Dieter und noch eine mysteriöse Dame. Das ist eine smarte Maid. Paluten Freedom, die Schmahamas-Verschwörung. Auf der ersten Seite hatte ich dann hier noch so eine kleine Widmung. Moin Leute, herzlich willkommen zurück in der Welt von Minecraft Freedom. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Versuch, die Welt von Freedom in ein kleines Buch zu verwandeln. Euer Pidizel aka Palle aka Patrick. Das ist dann hier der Start des ersten Kapitels. Hier hat man dann so eine kleine Landkarte. Ich werde übrigens hier irgendwie Werbung einblenden, weil ich habe keine Ahnung, ob ich ansonsten irgendwie in Schwierigkeiten gerade. Weil es ja schon, wenn ich das hier so vorlese, eine Art Werbung ist. Ich weiß es nicht, ich will aber bloß nicht verklagt werden. In diesem Sinne, better safe than sorry. Vor allen Dingen kann ich dann Sachen sagen wie, hey Leute, kauft mein Buch, wenn ihr das noch nicht habt. So, oh Gott, ich bin ein bisschen nervös. Ich werde aber gucken, falls ich mich komplett so richtig peinlich verhaspel, werde ich es vielleicht auch rausschneiden. Mal gucken, wir schauen einfach mal. Warum bin ich jetzt so nervös? Ich muss doch nur was vorlesen. So wie in der Schule. Es war ein herrlicher Tag in der Welt von Freedom. Ein paar Sonnenstrahlen kitzelten Paluten an der Nase und draußen krächzten die Chocobos um die Wette. Genüsslich streckte er sich in seinem Bett. Erst den rechten Arm und das linke Bein, dann andersherum, ehe er mit Schwung die Decke zurückschlug und aus den Federn hüpfte. Ja, eindeutig ein schmackhafter Tag. So, das waren jetzt die ersten vier, fünf Zeilen. Hat ja schon ganz gut geklappt jetzt hier gerade mit dem Vorlesen. Das ist jetzt praktisch wie so ein kleines Hörbuch. Nur ihr könnt die Augen zumachen oder das Handy weglegen. Und das ist halt so das Ding. So würde ich wahrscheinlich auch in der Art ein Hörbuch machen, dass ich halt auch nebenbei mal ein bisschen was dazu sage. Aber naja, warten wir einfach mal ab. Jetzt geht es übrigens weiter. Paluten schlenderte zum Fenster hinüber. Auf dem Platz vor seinem Haus wuselte wie immer das Leben. Früher hatte er sich gefragt, wo all die Leute eigentlich so plötzlich hergekommen waren, die sich hier niedergelassen hatten. Aber mittlerweile war ihm das nicht mehr wichtig. Jeder war hier willkommen. Und das machte diesen Ort so besonders. Im Dorfte fand jeder sein Zuhause. Es machte Paluten stolz, wie friedlich hier alle miteinander leben konnten. Er und seine Freunde, der Freedom Squad, hatten hart dafür gekämpft. Und es hatte sich gelohnt. Einst war die Welt von Freedom ein reich des Chaos gewesen. Der böse König Xaroth hatte die Herrschaft an sich gerissen und versklavte Land und Leute, wie es ihm passte. Alle hatten in Angst und Schrecken gelebt. Das Dorfte wurde in dieser Zeit zur Basis des Widerstandes. Es tobte ein langer, unerbittlicher Krieg. Doch mit vereinten Kräften war es dem Freedom Squad gelungen, Xaroth zu stürzen. Seither war Ruhe eingekehrt. Paluten dachte gern an den Tag zurück, an dem sie die letzte, alles entscheidende Schlacht geschlagen hatten. Doch nach all der Aufregung war es jetzt schön, einfach ausschlafen und dann die Sonne genießen zu können. Ein Farbklecks zog Palupens Aufmerksamkeit auf sich. Auf dem Platz unten erspähte er merkwürdige Gestalten. Obwohl so viele Menschen unterwegs waren, stach diese Person eindeutig aus der Masse heraus. Hervor. Und es waren übrigens nicht merkwürdige Gestalten, sondern eine merkwürdige Gestalt. Ja, mein Gott. Ich muss mich hier halt ein bisschen einkaufen. Aber wer ist dieser mysteriöse Mann, Leute? Es war ein Mann in Umhang und albernen Pluderhosen. Ei, 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 ich zeig euch mal hier das Bild von dem. Da sieht man seine Pluderhose. Obwohl, stimmt, in einem Hörbuch würde man die Pluderhosen, beziehungsweise das Bild würde man ja nicht sehen. Aber stimmt, man hat ja sowieso die Augen geschlossen und stellt sich das vor. Naja, äh, äh, weiter. Es war ein Mann in Umhang und albernen Pluderhosen, der einen großen, lilanen Hut trug, an dem eine buschige Feder wippte. Ein Spitzbärtchen zierte sein Gesicht. So jemanden hatte Paluten hier noch nie gesehen. Und er kam auch noch zielstrebig auf sein Haus zugelaufen. Was er wohl wollte? Noch bevor der Mann bei Paluten anklopfen konnte, war der schon im Flur angelangt und riss neugierig die Tür auf. Guten Tag, Sir, begrüßte er den Fremden freundlich. Verdutzt hielt der Mann inne, die Hand noch zum Klopfen erhoben. Sein Blick wanderte zu seiner Faust empor, als würde er sich fragen, was er gerade noch damit vorgehabt hatte. Dann ließ er den Arm wieder sinken. Guten Tag. Erwartungsvoll stand Paluten da und sah ihn mit großen Augen an. Es vergingen drei Sekunden, dann fünf, dann sieben. Langsam wurde das Schweigen unangenehm. Wieso sagte der Fremde denn nichts? Ähm, wollen Sie zu mir? Versuchte Paluten es vorsichtig. Das kann schon sein, antwortete Pluderhose und kramte einen Umschlag aus den Tiefen seines Umhangs hervor. Er hielt ihn sich vors Gesicht, knifft die Augen zusammen, starrte konzentriert auf die Vorderseite des Umschlags, dann auf Paluten, Umschlag, Paluten, Umschlag, Paluten. Schließlich nickte er und drehte den Umschlag um, damit Paluten sehen konnte, worauf er da die ganze Zeit geguckt hatte. Es war eine Zeichnung. Sind Sie das? Paluten betrachtete die Zeichnung genauer, legte den Kürbiskopf schief, erinnerte nochmal den Blickwinkel, kratzte sich am Kopf. Ja, möglich war es. Nicht besonders gut getroffen und die Linien wirken merkwürdig krakelig, als hätte jemand den Stift mit den Füßen oder der Zunge gehalten. Aber eine gewisse Ähnlichkeit war da. Das kann schon sein. Sind Sie der Briefträger? Pluderhose riss entsetzt die Augen auf. Briefträger? Bei ihm klang das Wort wie eine Beleidigung. Paluten verstand nicht ganz, was er falsch gemacht hatte. Ich bin Botschafter. Ach echt? Paluten bezweifelte das. Wieso sollte jemand mit einem so wichtigen Amt ihm Briefe bringen? Noch dazu in so komischen Klamotten. Ein Botschafter konnte doch sicher niemand dazu zwingen, so einen Hut zu tragen. Natürlich! Der Mann hob den Zeigefinger und reckte die Nase in die Luft, sodass die Feder an seinem Hut wackelte. Ich überbringe Botschaften! Was sollte es also sonst sein? Äh, begann Paluten, ließ es dann aber doch lieber bleiben. Der Briefträger, der keiner sein wollte, hatte immerhin noch seinen Brief und den wollte er haben. Ja, ergibt Sinn. Kann ich den Brief denn dann... Die Botschaft! Botschaft! Ja klar, also kann ich die Botschaft dann bitte haben? Selbstverständlich! Bitte bestätigen Sie den Erhalt der Botschaft hier, hier und hier. Okay, ich groove mich gerade so ein bisschen ein, weil man muss natürlich auch versuchen, so ein bisschen mit den Stimmen zu spielen. Weißt du denn, dann einerseits Pedissel und der Botschafter. Ich wusste nicht ganz genau, wie ich den Botschafter so sprechen soll. Ähm, ähm. Pluderhose entrollte ein langes Dokument vor Paluten und deutete auf drei Stellen, an denen dünne Linien Platz für eine Unterschrift ließen. Ansonsten war das Papier über und über mit winzigen Buchstaben übersät, die Paluten unmöglich entziffern konnte. Doch das hatte bestimmt alles seine Richtigkeit. Paluten zuckte nur mit den Schultern und kritzelte seinen Palle auf die Linien. Immerhin wollte er endlich diesen Brief haben. Briefe waren immer etwas Besonderes. Danke, neselte der angebliche Botschafter, rollte das Schriftstück wieder zusammen und ließ es in seinem Umhang verschwinden, ehe er Paluten den Umschlag übergab. Der riss ihn sofort auf und begann zu lesen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Pluderhose räusperte sich vernehmlich. Irritiert blickte Paluten von seinem Brief auf. Er fand es ganz schön unhöflich, dass der Briefträger, oder was auch immer er war, ihn beim Lesen beobachtete. Aber der Mann bewegte sich nicht vom Fleck. Er schien auf irgendwas zu warten. Dazu passend streckte er jetzt seinen Arm aus. Und Paluten verstand. Natürlich, die Bezahlung! Hastig durchwühlte er seine Taschen und fand doch eine Karotte, die er Pluderhose strahlend in die Hand drückte. Aber nicht alles auf einmal futtern, mahnte Paluten. Das mache ich nämlich immer, aber es endet nie gut. Pluderhose betrachtete die Möhre, als hätte er so etwas noch nie zuvor gesehen. Armer Kerl! Vielleicht gab es dort, wo er herkam, keine Karotten. Paluten hatte Mitleid mit ihm und klopfte ihm aufmuntert auf die Schulter. Dann widmete er sich wieder dem Brief. Nur aus dem Augenwinkel sah er, wie der Bote mit stockenden Schritten davon ging, den Blick noch immer wie gebannt auf die Karotte gerichtet. Paluten freute sich darüber, dass er ihm so eine tolle Belohnung gegeben hatte. Doch der Brief, der war jetzt wichtiger. Also nochmal, was hatte da gestanden? Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gewonnen! Die Schmalamas freuen sich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sie eine Reise auf die Schmahamas gewonnen haben. Ein wahres Urlaubsparadies erwartet Sie und eine Begleitperson Ihrer Wahl. Ihr 14-tägiger All-Inclusive-Urlaub wird keine Wünsche übrig lassen. Türkis-Blaues Meer, Palmen und weiße Sandstrände. Soweit das Auge reicht. Sie werden in einem komfortablen Luxushotel mit Swimmingpool untergebracht. Alle Annehmlichkeiten der Insel stehen Ihnen zur freien Verfügung. Genießen Sie so viele Schirmchendrinks, wie Sie möchten. Und lassen Sie sich von der Freundlichkeit der Einwohner und der Schönheit der Insel verzaubern. Wir garantieren Ihnen die bestmögliche Entspannung. Bis bald auf den Schmahamas. Wow, jetzt will ich auch auf die Schmahamas. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Oh, Flaschi. Achso. Ei, 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 ei. Damit hatte er jetzt nicht gerechnet. Aber hier stand es schwarz auf weiß. Er musste sofort mit Edgar sprechen, wo der kleine Fratz wohl steckte. Paluten sah sich auf dem Platz vor seinem Haus um, konnte seinen besten Freund aber nirgends entdecken. Also, auf zum Markt. Vielleicht war Edgar ja dort. Von Palutens Haus aus war es nur ein Katzensprung. Und tatsächlich erspähte Paluten schnell ein rosa Ringelschwänzchen, das hinter einer Gemüsekiste hervorlugte. Der Händler Krasimir und Melvin versuchten noch immer ihre Ventilatoren zu verkaufen und bekamen deswegen von dem Treiben hier unten gar nichts mit. Edgar, schau mal, rief Paluten und wedelte aufgeregt mit einem Brief in der Luft herum. Der Kopf des Schweins kam zum Vorschein, eine Karotte noch halb im Maul. Edgar sah ertappt aus. Er schlugte die Karotte rasch hinunter, bevor er seinen Freund begrüßte. Hallo Paluten, was machst du denn hier? Ich hab ne Reise gewonnen. Hier, guck Edgar. Edgar runzelte die Stirn. Er war schon lange Palutens bester Freund und zusammen hatten sie unzählige Abenteuer erlebt. Trotzdem zeigte er selten die gleiche Abenteuerlust wie Paluten, sondern war eher zurückhaltend. Das mochte aber auch daran liegen, dass das letzte Abenteuer nicht allzu lange zurück lag. Der Kampf gegen den bösen König Xaroth war für Edgar sehr schwer gewesen. Immerhin war es nicht nur um die Zukunft von ganz Friedem gegangen, sondern auch um Edgars eigene Frau Claudia. Xaroth hatte die Schweinedame entführt und als Geisel genommen. Edgar war schier verrückt geworden vor Sorge. Aber fand Paluten nach so einer Zeit kam ein Urlaub doch gerade recht, oder nicht? Die Schmahamas, fragte Edgar, als er den Brief gelesen hatte. Ja, Paluten strahlte. Ist das nicht klasse? Und du kommst mit? Darüber muss ich erstmal mit Claudia sprechen. Paluten zog ne Schnute. Aber die Schmahamas, freust du dich denn gar nicht? Und hier sieht man dann so ein kleines Bild. Wartet. Die sind halt immer in den Büchern so verteilt, die ganzen Bilder. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich hoffe, es gefällt euch bis dahin, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, Paluten versucht, Edgar zu bereden, mit auf die Schmahamas zu kommen. Ähm. Doch, doch. Aber so etwas kann ich nicht alleine entscheiden. Das weißt du doch. Paluten verdrehte die Augen. Edgar konnte so schrecklich vernünftig sein. Aber sie würden Claudia schon überzeugen. Na gut, dann lass sie uns fragen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg. Claudia war mit Sohnemann Edgar Junior auf der Dorf der Wiese und passte auf den Kleinen auf, während er im Gras spielte. Als sie Paluten und Edgar sah, kamen sie den beiden ein Stück entgegen. Okay, wie mache ich jetzt eine Claudia-Stimme? Hallo, Paluten. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Hallo, Claudia. Mir geht's bestens. Außer, dass ich ordentlich Kohlenampf habe. Aber schau mal, wir haben eine Reise auf die Schmahamas gewonnen. Claudia hob überrascht eine Braue. Wir? Naja, ich. Aber Edgar kommt natürlich mit. Er hielt ihr den Brief hin. Sie überflog das Schreiben. Hast du denn überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen? Warum? Fragte sie dann und klang irgendwie besorgt. Natürlich verstand Paluten, dass sie nach der Zeit als Geisel von Xarot keine große Lust auf... Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, aber bei mir war hier gerade ein bisschen Alarm. Natürlich verstand Paluten, dass sie nach der Zeit als Geisel von Xarot keine Lust hatte auf große neue Abenteuer. Aber im Brief stand nichts, was besonders gefährlich klang. Also, es gab doch keinen Grund zur Sorge. Nicht, dass ich wüsste, gab Palutens Schulterzucken zu. Aber ich bin auch nicht besonders gut darin, mir Dinge zu merken. Ich weiß nicht so recht, setzte Claudia zögerlich an. Irgendwie scheint mir da was faul zu sein. Ich möchte nicht, dass Edgar sich schon wieder in ein Abenteuer stürzt. Wir haben gerade erst so viel durchgemacht. Sie schaute zu Edgar Junior rüber, der ausgelassen durch das Gras purzelte. Doch Paluten winkte ab. Abenteuer, pah, was will denn schon Abenteuer, rief er, um Claudia zu beruhigen. Hier drin steht doch nur ungefährliches Zeug. Was soll denn da passieren? Edgar könnte bestimmt ein bisschen Entspannung vertragen. Oder was meinst du, Kumpel? Edgar war die Situation sichtlich unangenehm. Er blickte bloß unsicher von seiner Frau zu seinem besten Freund und zurück, brachte aber keine Antwort heraus. Ich denke, wir sollten mit Professor Ente darüber sprechen, schlug Claudia vor. Sie wirkte abgelenkt, da Edgar Junior sich immer weiter von der kleinen Gruppe entfernte und auf das Chocobo-Gehege zusteuerte. Er ärgerte die großen Vögel gerne mal und Claudia wollte das sicher verhindern. Treffen wir uns später im Labor, ja? Paluten und Edgar nickten, aber Claudia lief bereits ihrem Nachwuchs hinterher, der vor einem prächtigen Chocobo auf- und abhüpfte und dabei vergnügte Quietschlaute von sich gab. Für alle, die sich fragen, was ein Chocobo ist, das ist ein Chocobo. Labor 69 war beeindruckend. Paluten musste bei jedem Besuch der unterirdischen Anlage von Professor Ente erneut staunen. Gerade saßen er, Edgar und Claudia in der großen Cafeteria und warteten auf den Professor, der wie immer schwer beschäftigt war. Womit? Das würde wohl keiner von ihnen jemals so ganz verstehen. Aber General Dieter hatte sich zu ihnen gesellt und erzählte spannende Geschichten über die Schmahamas. Es ist wunderschön dort. Und die Schmalamas, wie sie sich selbst nennen, sind ganz nette Leute. Oh, warte, aber den könne ich ein bisschen mit so einem Akzent, weil er ist ja General Dieter, er kommt ja aus dem Norden. Es ist wunderschön dort. Und die Schmahamas, wie sie sich selbst nennen, das sind ganz nette Leute. Ich war mal einige Zeit auf der Insel stationiert und habe den örtlichen Widerstand gegen den einäugigen Lama-Baronen angeführt. Palutens Neugier war sofort geweckt. Konntet ihr ihn stürzen? Aber natürlich, du kennst mich doch, stolz plusterte Dieter sein Gefieder auf. Claudia schien Dieters Worte nicht zu beruhigen. Das klingt aber ganz und gar nicht nach einem sicheren Ort, sagte sie. Der General breitete die Flügel aus und wackelte mit dem Kopf. Ach was, dort ist alles in bester Ordnung. Immerhin war ich ja da zur Stelle. Nach dem Ausstand war es sogar richtig langweilig dort. Paluten sah seine Chance gekommen. Jetzt konnte er Claudia davon überzeugen, dass die Reise absolut ungefährlich werden würde. Also, fing er ganz beiläufig an. Es ist dort völlig harmlos und ohne jede Spur von Abenteuer, ja? Er konnte nur hoffen, dass Claudia seiner Stimme nicht anhörte, dass er sich eigentlich genau das Gegenteil wünschte. Absolut, bestehend dir der General. Der perfekte Ort für einen kleinen Urlaub. Na gut, sagte Claudia, denn sie vertraute auf Dieters Urteil. Wenn das so ist, dann habt ihr jetzt meinen Segen. Paluten machte vor Freude einen kleinen Hüpfer. Hast du das gehört, Edgar? Pack deine Badehose ein. Wir fahren auf die Schmachamas. Über so viel Vorfreude musste nun auch das Schwein schmunzeln. Klingt gut, grunzte Edgar und stupfte seine Frau liebevoll mit der Schnauze an, um ihr seine Dankbarkeit zu zeigen. Claudia nickte und stupste zurück. Sehr gut, erklang eine neue Stimme aus einem Nebenraum und alle zuckten vor Schreck zusammen. Wenn ihr schon auf den Schmachamas seid, der Professor kam aus der Küche und wischte sich die Hände an seinem weißen Laborkittel ab. Keiner von ihnen hatte ihn in die Küche hineingehen sehen, aber das musste auch nichts bedeuten. Paluten wunderte sich schon lange nicht mehr darüber, dass er den Professor an den ungewöhnlichsten oder wie jetzt an den gewöhnlichsten Orten antraf. Er verfügte über so viel technisches Spielzeug, mit dem er sich teleportieren oder klonen oder auch ein Hologramm von sich erzeugen konnte, sodass man ihn zu jeder Zeit überall erwarten musste. Könntet ihr mir ein Gefallen tun? Er setzte sich zu den anderen an den Tisch. Es müsste nur... Während der dramatischen Pause sah er Paluten durchdringend in die Augen... Geheim bleiben. Geheim? Palutens Kürbisaugen wurden groß. Er mochte Geheimnisse. Junge, Junge, worum geht's denn? Edgar und Claudia wechselten einen Blick. Jetzt wirkten beide besorgt. Es geht um Lama-Hinterlassenschaften. Hinterlassenschaften? fragte Paluten verblüfft. Hast du geerbt? Der Professor verdrehte die Augen. Nein, Paluten. Ich meine Kott. Kott? rief Paluten und Edgar wie aus seinem Mund? Professor Ente zog die Brauen zusammen, als könnte er ihre Verwunderung nicht im geringsten verstehen. Ja, wieso? Also, Kott wie in Kott? Ganz sicher? Der Professor nickte ungeduldig. Korrekt. Oder spreche ich undeutlich? Hastig schüttelten Edgar und Paluten den Kopf. Sie wollten den Professor auf keinen Fall verärgern. Claudia dagegen schien sich ein Lachen verkneifen zu müssen. Achso, ich hab's glaube ich auch falschrum gemacht. Der Kot, oder wie ihr es nennt, Kot der Schmalamas ist ihnen heilig. Ich glaub spätestens ab diesem Punkt hat jeder gemerkt, dass das ein ganz spezielles Buch ist. Dieter vermutet aus seiner Zeit auf der Insel, dass er auch über besondere Eigenschaften verfügt. Das möchte ich erforschen. Ich verstehe, sagte Paluten, obwohl das eigentlich gar nicht stimmte. Aber solange sie am Ende mit Claudias Erlaubnis aus diesem Labor ging, würde er dem Professor bringen, was auch immer er wollte. Auch wenn sich das hier etwas eklig anhörte. Aber eine geheime Mission blieb eine geheime Mission. Und die lehnt man einfach so nicht ab. Das Problem ist nur, schaltete General Dieter sich ein, dass sie Schmalamas ihren Kot hüten wie einen Schatz. Paluten verzog angewidert das Gesicht. Schöner Schatz auch. Deswegen ist auch Vorsicht geboten. Mahnt hob Dieter einen Flügel. Die Lamas sind absolut friedlich, aber bei ihrem Kot, da verstehen sie keinen Spaß. Also, lass doch nicht erwischen. Geht klar, Dieter. Gar kein Problem für den guten alten Pedissel. Paluten warf sich in eine stolze Pose, die zeigen sollte, wie geeignet er für diesen Auftrag war. Dieter verzog aber nur das Gesicht. Und Edgar schnaubte laut durch die Nase. Gut, sollten sie sich eben hinterher wundern, wie heldenhaft er diese Mission zu Ende führen würde. An den heiligen Lamakot zu kommen, würde ein Kinderspiel werden. Habt ihr noch Fragen? Wollte Professor Ente wissen und sah sie der Reihe nach an. Paluten und Edgar schüttelten die Köpfe. Claudia schien noch immer kichern zu müssen. Die Vorstellung, dass ihr Gatt zusammen mit seinem besten Freund auf eine geheime Mission geschickt wurde, um Lamakot zu klauen, amüsierte sie sichtlich. Aber immerhin war sie nicht mehr besorgt. In Ordnung, ich gebe euch ein Funkgerät mit. Damit könnt ihr euch melden, wenn irgendwas schief gehen sollte. Aus seinem Kittel holte er einen länglichen Apparat hervor und gab ihn an Paluten. Was soll denn schon schief gehen, wollte er großspurig wissen. Edgar und ich sind doch Profis. Die Lamas werden gar nicht merken, dass wir da... Paluten war aus Versehen auf den Frequenzknopf des Funkgeräts gekommen. Sofort schrillte ein ohrenbetäubender Lärm aus dem Kasten und fraß sich in den Gehörgang aller Anwesenden. Vor Schreck ließ Paluten das Gerät fallen. Es plärte am Boden weiter. Edgar hielt sich die Ohren zu und Claudia konnte das Lachen endgültig nicht mehr zurückhalten. Sie prustete los. Kleine Tränchen liefen ihr über die Wangen. Professor Ente seufzte. Genau, was soll schief gehen? Er stand auf und schaltete das Funkgerät wieder aus. Dann gab er es Paluten zurück. Sei vorsichtig damit. Zerknirscht nahm Paluten den schwarzen Apparat entgegen und ließ ihn in seiner Tasche verschwinden. Also dann. Der Professor klatschte in die Hände. Ich wünsche euch einen erholsamen Urlaub. Pass auf euch auf, sagte Dieter und flatterte von seinem Stuhl, auf dem er Platz genommen hatte und folgte Professor Ente aus der Cafeteria. Und auch Claudia machte sich auf den Weg, um die beiden Spezialkotagenten ihren Planung und Vorbereitung zu überlassen. Am nächsten Morgen war Paluten schon sehr früh wach. Er konnte es gar nicht erwarten, endlich loszukommen. Im Kopf war noch alles durch. Sorry, da... Danke, Herr Polizist. Ich mache jetzt... Ich lese jetzt einfach mal weiter. Ich fange noch mal da oben an, bevor die Polizei mich ein bisschen gestört hat. Am nächsten Morgen war Paluten schon sehr früh wach. Er konnte es gar nicht erwarten, endlich loszukommen. Im Kopf war er noch mal alles durchgegangen, was sie für ihre Reise benötigen würden. Er hatte bestimmt dreimal in seinen Rucksack nachgeschaut, ob auch wirklich alles an Ort und Stelle war. Ganz oben aus dem Rucksack schauten jetzt zwei kleine Gesichter hervor, die aufgeregte Laute von sich gaben. Denn auch wenn im Schreiben gestanden hatte, dass diese Reise für zwei Personen war, gegen Bananen konnte doch niemand irgendwas einwenden. Oder? Banani und Banunu, die beiden Wurfgeschosse des Freedom Squads, würden doch gar nicht weiter auffallen. Und sie hatten sich einen Urlaub ebenso verdient wie Edgar und Paluten selbst. Als alles fertig gepackt und verstaut war, schulterte Paluten seinen Rucksack und machte sich auf den Weg zum Hafen, wo Edgar ihn erwarten würde. Und damit endet das erste Kapitel. Uff. Oh, okay. Die Rohaufnahme von diesem Video ist jetzt schon 40 Minuten. Ich bin mal gespannt, wie lang das Video am Ende sein wird. Leute, ich hoffe, euch hat dieses kleine Pedizzle-Hörbuch gefallen. Hörbuch-Video könnte man es auch nennen. Es ist interessant. Was mir jetzt gerade die ganze Zeit aufgefallen ist, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber es strengt schon so ein bisschen an. Dann auch immer so ein bisschen die Stimme zu verstellen, darauf zu achten, dass auch alles so ein bisschen, ja, gut betont wird. Und mein, oh, oh, mein Hals ist auch so unfassbar trocken. Und es sind hier irgendwie gefühlt 90 Grad im Zimmer. Nun gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Kurze Info an alle, die sich jetzt vielleicht denken, ja, aber Paluten, du könntest doch jetzt auch einfach die ganzen anderen Kapitel vom Buch auch einfach vorlesen und auf YouTube und so weiter hochladen. Da geht es mir jetzt auch gar nicht um den größtmöglichen Profit oder sonst was. Darum ging es mir beim Buch übrigens auch generell noch nie. Ich habe nur mal Verträge, unter anderem mit dem Buchverlag, und die reißen mir den Kopf ab, wenn ich das einfach machen würde. Selbst dieses eine Kapitel war, wie ich anfangs ja schon gesagt habe, nicht abgesprochen. Und ich habe jetzt auch nicht so unbedingt Bock, verklagt zu werden. Aber, äh, nur gut, warten wir mal ab. Leute, das war es jetzt mit diesem kleinen Paluten-List ein bisschen was vor. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja, einfach mal gucken, was die Zukunft bringt. Euer Feedback würde mich interessieren. Und, äh, ich gehe jetzt auf jeden Fall noch mal ordentlich Wasser trinken. Denn meine Stimme, die, äh, braucht ein bisschen was. Leute, lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.